Das Potenzial für künftige Aerials-Athletinnen und Athleten ist sehr hohe in der Schweiz. Schon nur aufgrund der grossen Anzahl von Turnerinnen und Turner, die wir im Land haben. Aktuell erreichen wir aber sicher noch zu wenig. Wir bieten von Swissci her Turnerinnen und Turner oder generell interessierte Akrobatinnen und Akrobaten mit einem einfacher Einstieg über Probentrainings auf der Wasserschanze in Methmenstetten. Der Birmin ist für uns sicher ein Paradebeispiel, wie es funktionieren kann. Zum einen mit seinen Grundlagen, die er mitbringt vom Kunstturnen, die beste Voraussetzungen für Aerials, aber zum anderen auch durch die weitere Verbundenheit, die er hat mit seinem Turnverein und den Support, den er genießt. Ich glaube das, was immer noch das gleiche ist wie früher im Kunstturnen, ist sicher das Trampolin und die ganz akrobatische Grundlage. Ich konnte alle Solters und Schrauben schon. Und als ich zu Aerials gewechselt habe, musste ich mich nur daran gewöhnen, dass ich den Füsse Skischuhe und Skien anhaben habe. Darum ist auch der Erfolg so schnell gekommen. Jetzt geht's doch auf, was ich bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Untertitelung des ZDF, 2020